Ich bin der Zoiung geworden mit der Argentinian jüdischer Literatur in der Rhein, und meine Tatte Bakumen wie Amatone, von allen jüdischen Schreibern von Buenos Aires, Bücher mit Widmungen. Und die Matalee, ob ich elehne. Botaschansky, Granitstein, Memdowid Gieser, Littmann. Also das irische Buch von Argentinien ist neu zu mir. Das erste Buch, das ich ob akumen persönlich war Amatone, ist mit dem Motel, Pesci, dem Hasnus zu meinem Warnitze. Also das Motel ist ein Tipp, das mir neu ist. Später gehe ich herüber allein zu Poesie und glattsteig mich in die Walpern, Manger.